Und dann hat er es aber einen Tag stehen lassen, hat es getrocknet, hat es geföhnt und der PC hat einwandfrei funktioniert. Aber er riecht jetzt nach dir. Ist jetzt live? Ah ja. Geht davon aus. Weil wir diesmal von der anderen Seite sind. Einteilung ist klar. Ja. Äh klar? Achso klar, ja ich bin rechts. Ja ich dachte nicht, dass es live ist. Aha, Brickmaster bleibt hier. Gut. So gehen wir in die Küche. Ach sie ist sauber, die kommen nicht über rechts. Link ist tief. Wir gehen wieder auf C von hinten. Alle Bigs bauen. Ah von hinten. Ich wurde von hinten gekillt. Jawohl. Ja zwei stehen da unten. Zwei stehen da unten. Ja klar. Bei mir ist einer. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Da kommt einer auf dich gleich. Ah. Wo? 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 Von mir aus. Innen drin. Innen drin. Da war einer. Verdammt. Ich habe ihn. Nein. Ich mache ihn. Breakmaster ich hole A. Du kannst vor. Okay B. Ja. Breakmaster überlebt kurz. Achtung rechts einer. Ah ist zu spät. Oh ja. Von B nach C kommen welche. Kann sein dass die rechts rum kommen. Es hat zu wenig Leute bei B von den Gegnern. Ja die werden irgendwo außen rum kommen. Seid ihr alleine? Bei C ist welche C? Ja. Bei mir vor mir. Oh ihr habt C. Gut. C sind drei. Bei mir am Haus ist einer. C einer down. Ich mache safe. Small spawn. Ja. Draßen bleiben. Nein. Wir haben das Einsatzziel verloren. 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 Nein. Nimm. Nimm dein Medikin. Sechs spawn ist clear. Alle spawnen. Was? Was? Die spawn dort. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm. Aber nicht. Verdammt. Wieso? Die scheiß wand nicht mehr kaputt. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm. Guck sie doch. Ja. Fünf Medipacks. Oder sechs. Ja. Ich habe mal gemeint nur drei. Null. Okay. Wer ist links? Wer ist links? Float ihm ist links. Achtung, da kommt einer. C. Ah, ist nicht du. Kann mich wer holen? C. Wo bist du? Nee. Ich bin im Gang. Ich bin im Gang. Hinter mir auf dem Dach. Fenni, ich spawne. Kommen wir Positionen durch, Jungs. Danke. Ja. Kein Ding. Die sind links durch. Also von uns aus jetzt links. Die gehen schon hinten auf A. Ja. Also da ist kein... Niemand mehr. Okay. Ich komme durch die Mitte zurück. In dem Fall. Ja, die sind schon bei A. Bei A. Ja. Ja, die da laufen sie schon. Wow. Wenn nicht, geh aus und land. Ja. Zwei C wieder. Zwei Stück. Zwei Stück. Oh, wir sind safe. Wir sind da unten, wir sind da unten. Okay. Okay. Ecken safe. Ferry, Ferry. Zwei. 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 Okay. Zwei Stück. Einer down bei A. 什麼 Kzilla. Wir verdienen gerade pace. Na ja. Ich hab dich. Wir können'sカped. Ich gehe direkt wieder zurück. gitu ja. Okay. Ja. der über links zurück pushen dann wahrscheinlich ganz links wer hier bei baro oder wo der ricks meinst du ja bei mir liegen ja die straße die sind schon hinter dir baro ab zwei ab drei ich komme von hinten baro bei dir auch zwei sie blinkt ich habe bis die linke ecke ricks achtung medipack vorgott hinter dem hinter dem weißen band auf der in der base kaum über den beim kaputten bus gehen jetzt rein in den mittleren nein pjana zwei stück dort unten auf der treppe pp jetzt versuchen sie bestimmt bei mir er ist zurück die versuchen über meine seite ja leute sind vorbeigelaufen und ich habe es nicht gemerkt ich habe ist noch einer ist noch oder ist noch einer ich habe dann geguckt ich habe ich habe ich bin zurück zu ich gehe zurück zu ich hole von hinten auf baro seite scheiße ich habe keine ahnung warum ich mich gesehen habe ich habe genau auf den ausgang geguckt ich habe es noch nicht aber ich bin das gar nicht vor Ort ja geil hat mich direkt umgemietet wenn die letzte Breakmaster holst du auch? gut ich bin da schon auf vorne 2 1 da steht Smartphone warum bin ich da? ich gehe recht Küchengang Achtung Küchengang Küchengang komm ja lol BTF warum läuft es denn nicht? Achtung Granate von mir Breakmaster ja Alter das 5 Nice Nice beide down beide down beide down bei C ich cap C ja ich cap B bin bei B in Küche wir sind zu viel amort so lange sie da nicht noch fallen wer ist links wer ist rechts wer ist rechts Achtung ist jemand links ist jemand rechts ich gehe links ich gehe links ok weil ich vermute sie sind schon wieder unterwegs und ich will jetzt gerne wissen wie die da rausgekommen sind wer ist rechts der rechts bist du rechts ich bin links ich bin links ich bin links ich bin links ok zum jubeln ist es noch zu früh aber wir haben es fast geschafft alleine ich bin zu viel hinter dir her auf dem dach was nein oh lol down da war einer der ist der ist der hat mich down nice erlaubt Richtung A nach rechts ab ihn ja danke hinter uns zwei stücke an der plage am haus ein beide down ein ja ja spawn ich sehe spawn B C warum blinkt C weil C du meinst B spawn geht Richtung Gang B wo kommen die lang wo kommen die lang wenn du da bist ne ich spawn die ich spawn die vor den Pyreneurs ab 2 big spawn bei mir bei mir im haus ist leer big spawn ist leer big spawn ist leer er blinkt small spawn 2 einer einer small spawn kann ihn reviven er geht 2 stück small spawn da sind 3 da sind 3 ja aufstehen 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 ich hab ich hab 2 headshots nice ist jemand links ist jemand rechts ich bin links ich bin links und hab die ganze Straße aufstehen ich bin rechts ich bin rechts ich bin rechts gut ich bin auf dem weg ja ich geh aufstehen bei A von A bling rechts ah Küchengang Küchengang 2 stück Küche 2 stück Küche bitte Mitte Haus Benny bei dir 2 stück Küche immer noch Küche immer noch Küche ich sehe sie noch nicht weil da eine Flagge ist davor einer ist rechts überlebt ich bin da hinten da ist niemand den hab ich der ist ja weg der hat irgendwer erschossen jetzt kommen sie in den Bazar rein Bazar genau ich hab angehittet 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 6 5 5 ja super angehittet war eine hälfte Gange keine Ahnung setzt ja Spaß beim bieten dann wird ich behaupten aber keine Ahnung ich habe nicht einer ich habe eine leute da regelmäßig auf der rechten Seite so ganz offen rum eine Kirche an eine zwei gleich wieder links 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 zwei links Küchengang ich bin bei A wollen wir bei Derek ich sehe meine Waffe nicht ich sehe meine Waffe nicht ich sehe meine Waffe nicht ich bin bei A ich bin bei A von der anderen Seite von der anderen Seite wollen wir Beli links rum genau B die haben sich gegenseitig gefiltert Hilfe komm schon Achtung alle herrlern wir haben das einsatzbewerb 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 drei stück dort jetzt kommt einer um die Ecke einer kommt um die Ecke jetzt kommt der big spawn rein links zweiter Küchengang Tür nicht bei mir spawnen von bei A ist Krieger ich bin bei C von hinten von hinten Küchengang von hinten von A ja ah das war sound vielleicht C-cappen oder bei Aangang ich kanns auch nehmen alter alter oder das mit der 93 R1 schau eine noch Küchengang in Küche selber ja alles am tail von mir er ist er 4 3 2 1 ja links rechts Küche 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 ja rechts down links der ist fast da ja der ist down nicht nein der ist noch nach vorne nach vorne nach vorne genau nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne ah verdammt 3 Stücke aus dem Mausport ja leil leil wurde nicht vom Sensor erfasst was für eine Kacke ich hab nur gemessen zweimal Küchengang ist klar die reviven sich da bei B im rechten Gang in älter Raum noch Heide habe einen zu hoch drinnen genau von voll alle down alles down alles down Korn an, Korn an Nice, GG 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 Oh man, die Runde war nicht ganz cool wie der erste Ja Alter, ich hab übelst Ich weiß immer noch nicht, wo die von links hergekommen sind Weil ich hab